Es ist nur die Shizuru! Es ist dann ums mit Sonnenbrille. Sieht man dich da hinten? Das würde ich jetzt bezweifeln. Diese verstörten Gesichter sind cool. Wie fühltest du die Shizuru bis jetzt? Ich kann nicht! Das ist super! Hilfe! Disgusting! Nein! 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 Das ist so schön! Das ist so schön! Das ist so schön! Gruselige Menschen! Das ist so schön! 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 Es ist so schön! Stimmt, eigentlich müsste Karnatur jetzt runterspringen oder sich fallen lassen. Er ist ja nicht gesprungen. Ja, er lässt sich verfallen. Guck mal, wie selbst verdient die alle sind. Hallo Toschi! Tschüss Toschi! Guck mal, wie selbst verdient die alle sind. Oh, das ist nicht euer Ernst! So sitzt du ganz alleine, voll weit weg. Ich hab Teddy. Wo ist Teddy? Pui! Ich habe Teddy. Jeden Moment. Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Look at this dude. Wait till you see the... Oh no 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 no. OHHHHH W मI W Es Die Zeit der Leben! Mit trinken! Auf der Skisuchung! Wenn ich ihn jetzt schon mal in der Hand habe, dann kann ich auch gehen. Kannst du vergleichen mit Burger King und Macke? Mehr ist es auch nicht. Burger King ist besser. Ja, Burger King ist auch besser. So, jetzt haben wir ganz viele Hater auf unserer Seite, weil wir Burger King Anhänger und keine Macke sagen. Also, in der Kamera sieht das echt gut aus, ne? Das ist volladell! Ich wohne in der Kamera nicht. Ich muss das verheimnischen. Eben, in deinem Leben ist doch auch so nah. Echt? Das stimmt wohl. Das ist passiert. Das sieht bestimmt aus wie ein Letziger. Wir werden alle weißen, dass er auf der Skisuchung war. Oh mein Gott! Den ist komplett zerstört, zurückgekommen. Mutti Nabi war es fragnisch! Er isst es mit Stäbchen. Warum? Die Noße! Warum? Er hat Halsschmerzen, Fahnschmerzen der Jungen lassen. Mehr so Hautklappenschmerzen. Wenn ich mir so Crack-Videos angucke von Menschen und Tieren und Menschen sich wehtun, vor allem die Babys. Da lacht man, ne? Da lacht man richtig gehässlich. Das hieß doch damals bei Upsi-Pan-Show. Bei Upsi-Pan-Show. Mensch, die Kinder! Ja! Na komm! Also hab gehört, wir machen mal San Upsi-Pan-Show. San Upsi-Pan-Show! San Upsi-Pan-Show! Und sind so disgusted über Kinder. Die Freunde sind so über Tiere, die die smacken so. Disgusting! Die kommen aber auch immer alle zuhören. Ich bin jetzt nicht so mega hier für dieses Familientyp. Ne, aber damals auch irgendwie einer. Da war irgendwie Psycho oder irgendwas. Und dann kamen die auch so mit den Kindern dann so. Und ich so, oh Gott sei Dank, meine Ruhe, ey! Und dann fitz! Ich war direkt so, meinen Namen gehört. Und dann bin ich schon so. Wie so der heiße Knopf. Und dann komme ich selber mit den Kindern, die nicht aufhören zu schweinig werden. So an sich. Ich bin dann direkt so kleiner bügelt. So eine Bombe hoch, so eine Sang-Bombe hoch. Wenn das mein Bäcker-Ton wäre. Ich müsste irgendwo queschen. Das hatte ich letztes aber auch. Voll okay, ne? Das geht für dich so süß. Ich weiß nicht warum, aber... Du guckst immer dieses Kinds an. Du kommst in die Hölle. Oh, hier! So... Da halte ich sogar meine Kasse. Ja! Ich muss einfach, wenn du mit dir in so Quatsch lustest. Ist sogar eine so froh! Der heilige Grau! Mal bekommen. Bilder mit Schuhen. Arsch halten. Hey! Auch wenn man nach Hause kommt, hörst du immer so... Lalalala! Ah! Scheiße! Ihr Mäuschen, wir lieben dich auch! Apropos, wir müssen noch. Ja! 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 Ja!